Im Laufe der Zeit werden immer mehr Menschen gezwungen sein, die Bedeutung von Bitcoin zu verstehen, einfach aufgrund dessen, wie sich die vorherrschenden Systeme entwickeln. Der natürliche Endzustand von Fiat-Geld ist Hyperinflation. Und der natürliche Endzustand von zentralisierter Kontrolle ist autoritäre Zensur. Bitcoin ist das Gegenmittel gegen diese beiden Übel. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lass ich mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin-Audible.de Anhör-Artikel. Willkommen zur Folge Nummer 74 von Bitcoin-Audible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute habe ich wieder mal ein besonderes Gusto-Stückchen für euch, das erste Kapitel konkret, Chapter Zero, aus Gigis in Entstehung befindlichem Buchprojekt »21 Ways to Look at Bitcoin«. Wer unseren Podcast verfolgt, weiß ja, dass wir bereits einen Grundlagenartikel vorgelesen haben. Das war Folge Nummer 50 von Relay mit dem Titel »Bitcoin in 10 Minuten«. Aber ich mag einfach Gigis Ansätze, Konzepte von Bitcoin zu erklären. Und er hat es tatsächlich gut geschafft, ja sogar in kürzerer und prägnanterer Form als der Artikel von Relay einen Überblick zu geben, wie man sich Bitcoin vorstellen kann, warum er so einzigartig ist und warum er vermutlich auch wichtig für die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft sein könnte. Ein kleiner Hinweis. Dieser Artikel ist, wie gesagt, nur ein Auszug aus dem gesamten Buchprojekt. Wenn es euch gefällt und interessiert, schaut bitte unter 21ways.com, das schreibt sich 21-ways.com, auf die Projektwebsite. Dort könnt ihr die bereits veröffentlichten Kapitel in englischer Sprache lesen. Aber in jedem Fall möchte ich euch bitten, Gigis schriftstellerische Arbeit durch Kauf seiner Bücher zu unterstützen. Speziell kann ich das ein erstes Buch »21 Lektionen«, das ich natürlich auch in den Show Notes zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de verlinken werde, sehr empfehlen. Es ist auch online zum freien Lesen verfügbar, aber ich denke, das Buch in seiner gedruckten Form ist nicht nur gut, auch physisch in Händen zu halten, vielleicht auch, um es an Freunde und Verwandte zu verborgen, sondern es unterstützt eben auch finanziell Gigis Autorentätigkeit. Weitere Möglichkeiten dazu findet ihr auf seiner Website, dergigi.com. Unterstützt bitte seine Tätigkeit. Das wäre ganz nett. Damit aber genug der Vorerklärungen. Es erwartet euch ein frischer, prägnanter und kurzer Take über das, was Bitcoin ist, macht euch also bereit für Kapitel 0 Bitcoin kurz und grob erklärt von Gigi Im Originaltitel Chapter 0 A Quick and Dirty Explanation aus dem Buchprojekt »21 Ways to Look at Bitcoin« von 21ways.com Ein Zitat von Gertrude Stein »Erklärungen sind klar, aber da niemand, dem eine Sache erklärt wird, die Erklärungen mit dem verbinden kann, was wirklich klar ist, sind klare Erklärungen nicht klar.« Und ein Zitat von Jane Wolf »Paradoxe erklären alles. Da sie das tun, können sie nicht erklärt werden.« Bitcoin ist vor allem Paradox. Er ist einfach und doch kompliziert, sich ständig verändernd und doch unveränderlich. Eine neuartige Maschine ohne neuartige Teile. Eine technologische Innovation, bei der es nicht wirklich um Technologie geht. Man kann ihn nicht anfassen, und doch ist er hartes Geld. Man kann ihn nicht sehen, aber er wird einem die Vision der Zukunft zeigen. Man kann ihn nicht besitzen, und doch scheinen tausende von Menschen von ihm besessen zu sein. All das macht Bitcoin bekanntermaßen schwierig zu verstehen. Und noch schwieriger zu erklären. Wie John Oliver so treffend formulierte, »Er ist alles, was man von Geld nicht versteht, kombiniert mit allem, was man von Computern nicht versteht.« Das stimmt zwar, und man muss Bitcoin nicht unbedingt verstehen, um ihn zu benutzen. Aber es hilft, ein tiefes Verständnis von Geld und der Technologie, die Bitcoin antreibt, zu haben, um den Ernst der Lage wirklich zu verstehen. Leider erfordert selbst ein grundlegendes Verständnis von Bitcoin ein gewisses Fachwissen über Netzwerke, Märkte, Kryptografie, Spieltheorie, Mathematik, Physik, Informatik und menschliches Verhalten. Wenn er einfach zu verstehen und zu vermitteln wäre, wäre die Hyper-Bitcoinisierung Vergangenheit, und wir hätten bereits einen Bitcoin-Standard. Wie Satoshi fast ein Jahr nach seiner ersten Veröffentlichung bemerkte, »Es ist verdammt schwer, eine Beschreibung für die Allgemeinheit zu verfassen. Es gibt nichts, womit man es in Verbindung bringen könnte.« Obwohl viele Menschen versucht haben, genau das zu tun, Bitcoin für ein allgemeines Publikum zu beschreiben, bin ich mir nicht sicher, ob so etwas überhaupt möglich ist. Es gibt wirklich nichts, was man damit in Verbindung bringen könnte, sodass alle Metaphern, historischen Äquivalenzen und erklärenden Abkürzungen auf die eine oder andere Weise am Thema vorbeigehen. Es scheint mir, dass der sprichwörtliche Groschen, äh, Sat, für jeden auf individuelle Weise fallen wird. Und ohne mit dir persönlich zu sprechen, kann ich nicht wissen, wo deine mentalen Blockaden liegen. Vielleicht denkst du, dass Bitcoin keinen intrinsischen Wert hat, oder dass er von Regierungen abgeschaltet werden kann, oder dass er gehackt wird, oder dass er von einer anderen Technologie abgelöst wird, oder dass seine Verwendung aufgrund seines Energieverbrauchs oder seiner illegalen Nutzung unethisch ist. All diese Bedenken sind anfangs mehr oder weniger berechtigt, aber ob du es glaubst oder nicht, sie verblassen, wenn dein Verständnis von Geld im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen zunimmt. Leider ist dieses Verständnis nicht leicht zu erlangen. Es scheint, dass nur sehr wenige Menschen neugierig genug sind, um die nötige Arbeit zu investieren. Was wiederum bedeutet, dass die meisten Menschen auf die harte Tour lernen müssen. Sie müssen sich aus der Not heraus mit Bitcoin beschäftigen. Davon abgesehen, ist es durchaus möglich, Bitcoin und die Auswirkungen, die seine weitere Existenz mit sich bringt, zu verstehen. Wäre dies nicht der Fall, gäbe es keine Bitcoiner, keine Bitcoin-Entwickler und keine Menschen, die in die Zukunft von Bitcoin investieren. Jeder, der einmal vom Bitcoin-Buck gebissen wurde, hat seinen eigenen Aha-Moment. Und ich hoffe, dass die Erforschung dieses Phänomens aus einer Vielzahl von Perspektiven deine Chance auf einen solchen Moment erhöht. Bevor wir diese verschiedenen Standpunkte eingehend erkunden, ist eine kurze Erklärung angebracht. Ich werde versuchen zu erklären, wie Bitcoin funktioniert, was man damit machen kann, warum er wichtig ist, wer dahinter steckt, was Bitcoin ist und was seine grundlegenden Bausteine sind. Wie Bitcoin funktioniert Im Wesentlichen ist Bitcoin eine große Tabelle, beziehungsweise ein Spreadsheet, das dokumentiert, wer wie viel von Bitcoins internen Einheiten besitzt. Sats, kurz für Satoshis. Diese Tabelle enthält eine Aufzeichnung aller Transaktionen, die jemals stattgefunden haben. In der Form, Alice schickte 21 Sats an Bob. Damit jeder ehrlich bleibt, erhält jeder eine Kopie dieser Tabelle. Jeder kann unten Einträge hinzufügen, solange bestimmte Regeln eingehalten werden. Auf diese Weise nehmen die Teilnehmer an einer Art Spiel teil, das sich nicht allzu sehr von einer Lotterie oder einem Sportwettbewerb unterscheidet. Die Quoten sind etwa so festgelegt, dass etwa alle 10 Minuten jemand diesen Wettbewerb gewinnt und damit eine Reihe von Einträgen am Ende hinzufügen kann. Die Tabellenkalkulation hat bestimmte interne Regeln, die verhindern, dass frühere Einträge geändert werden. Wenn du diese Regeln in einer nicht rückwärtskompatiblen Weise eränderst, weigern sich die anderen Teilnehmer mit dir zu spielen und du wirst aus dem Netz geworfen. Diese Regeln stellen sicher, dass die gesamte Buchhaltung korrekt durchgeführt wird. Zum Beispiel, dass die Person, die Geld senden möchte, das Geld auch tatsächlich hat. Und dass das Geld nur an eine andere Person gesendet wird. Darüber hinaus stellen diese Regeln sicher, dass kein Geld aus dem Nichts geschaffen wird. Was wiederum gewährleistet, dass niemals mehr als 2,1 Quadrillionen Sets, also 21 Millionen Bitcoin, existieren werden. Kein einzelner Beteiligter kann die Regeln ändern, da sich jeder im Netzwerk freiwillig für Änderungen entscheiden muss. Alle Teilnehmer spielen nach ihren eigenen Regeln. Niemand ist also für die Regeln verantwortlich. Es steht jedem frei, sich zu beteiligen. Alles, was du brauchst, ist ein Computer und eine Internetverbindung. Das ist so ziemlich alles. Wenn du bereits ein oder zwei Dinge über Bitcoin weißt, wirst du erkennen, dass das, was ich die Tabelle nannte, Bitcoins verteiltes Hauptbuch, der sogenannte Distributed Ledger ist. Dass das, was ich Stapel von Einträgen nannte, Bitcoins Blöcke sind. Dass das, was ich eine Lotterie nannte, besser als Mining bekannt ist. Und dass das, was ich Regel nannte, nun Bitcoins Konsensusregeln sind. Zugegeben, alles ist ein klein wenig komplizierter, als ich es darstelle. Es ist schließlich eine kurze und grobe Erklärung. Ich denke jedoch, dass die Vorstellung einer großen Tabelle, von der jeder eine Kopie hat, hilfreich ist. Während diese Erklärung von Bitcoin zweifellos unvollkommen ist, glaube ich fest daran, dass die technischen Details der Funktionsweise von Bitcoin mit der Zeit an Bedeutung verlieren werden. So wie die komplizierten Details der Funktionsweise des Internets für die meisten Menschen heute irrelevant sind. Ja, man wird einige technische Details lernen müssen, um wirklich zu verstehen, warum Bitcoin resistent gegen Beschlagnahmung und Zensur ist. So wie man einzelne technische Details lernen muss, um zu verstehen, warum das Internet nicht einfach abgeschaltet werden kann. Du musst aber auch nicht alle Teile deines Autos oder Smartphones kennen, um die Vorteile der Nutzung zu genießen. Das gleiche gilt für Bitcoin. Wie bei den meisten Dingen ist die Grundidee, was man damit machen kann, wichtiger als die Funktionsweise im Detail. Was du damit tun kannst Bitcoin ist in erster Linie Geld. Er verhält sich wie Bargeld, was bedeutet, dass du ihn verwenden kannst, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen. Dies gilt unabhängig davon, ob du Bitcoin empfangen, ausgeben oder sparen möchtest. Das einzige, was du brauchst, um ein Bitcoin-Konto zu eröffnen, ist Mathematik. Und das einzige, was du brauchst, um Zahlungen zu senden oder zu empfangen, ist ein Kommunikationskanal. Das bedeutet, dass du ab heute nur noch ein Smartphone und eine Internetverbindung benötigst. Im Prinzip kannst du jedoch jede beliebige Quelle von Zufallsinformationen verwenden, um eine Bitcoin-Wolle zu erstellen und jeden Kommunikationskanal, um Transaktionen zu senden und zu empfangen. Ein paar Würfel und ein Amateurfunkgerät funktionieren genauso gut wie ein Smartphone und das Internet, wie Bitcoin-Enthusiasten in der Vergangenheit gezeigt haben. Leider sind erlaubnisfreie Transaktionen und inflationssicheres Sparen für die meisten Menschen nicht sehr attraktiv. Solange man nicht gezwungen ist, die Bedeutung dieser grundlegenden Anwendungsfälle zu verstehen, ist es leicht, Bitcoin als spekulative Anlage oder Manie abzutun. Sobald jedoch dein Bankkonto eingefroren wird, weil du etwas Falsches gekauft oder verkauft hast oder dein Konto geschlossen wird, weil du mit der falschen Person gehandelt hast oder deine Ersparnisse aufgrund einer Hyperinflation vernichtet werden oder du gezwungen bist, aus deinem Land zu fliehen und dein Vermögen intakt haben möchtest, wird die Frage, was kann ich mit Bitcoin tun, obsolet. Im Laufe der Zeit werden immer mehr Menschen gezwungen sein, die Bedeutung von Bitcoin zu verstehen, einfach aufgrund dessen, wie sich die vorherrschenden Systeme entwickeln. Der natürliche Endzustand von Fiat-Geld ist Hyperinflation und der natürliche Endzustand von zentralisierter Kontrolle ist autoritäre Zensur. Bitcoin ist das Gegenmittel gegen diese beiden Übel. Warum Bitcoin wichtig ist Bitcoin verändert radikal unsere kollektiven Annahmen darüber, was Geld ist und wer die Kontrolle darüber haben sollte. Die Welt wird digital und es wird jeden Tag deutlicher, dass unsensierbares und natives digitales Geld für eine freie Gesellschaft unerlässlich ist. Darüber hinaus ist Bitcoin wichtig, weil er eine Alternative zu dem schuldenbasierten Geld bietet, nachdem die Welt so süchtig ist. Bitcoin ist unabhängig von Regierungen und Unternehmen und wie seine kurze Geschichte gezeigt hat, ist er extrem widerstandsfähig gegen Unterwanderung. Diese Unabhängigkeit kombiniert mit der unveränderlichen Natur der monetären Eigenschaften von Bitcoin macht Bitcoin zu einem wertvollen Vermögenswert, der von Unternehmen, Einzelpersonen und Ländern gleichermaßen gehalten wird. Mit jedem Tag, an dem Bitcoin in Betrieb ist, wächst das Vertrauen in das System, wodurch seine Akzeptanz und sein Wert zunehmen. Es ist erwähnenswert, dass das bloße Überleben von Bitcoin ausreicht, um ihn auf die Weltbühne zu bringen. Seine Anreizstruktur hat eine Reihe von Ereignissen in Gang gesetzt, die man am besten als die laufende Bitcoinisierung unserer Welt beschreiben kann. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Prozess allmählich, über mehrere Jahrzehnte hinweg oder heftig innerhalb einer einstelligen Zahl von Jahren vonstatten gehen wird. Ich glaube, es wird das Letztere sein. Ich glaube, dass die Anreize von Bitcoin stark genug und seine Funktionsweise antifragil genug sind, um andere Währungen und Wertaufbewahrungsmittel schneller zu absorbieren, als die meisten erwarten. Während die Hyperinflationen des 21. Jahrhunderts unabhängig von der Existenz von Bitcoin stattfinden werden, darf die wirtschaftliche Realität, die Bitcoin dem Rest der Welt aufzwingt, nicht unterschätzt werden. Es ist ein Glücksfall, dass die fortschreitende Digitalisierung unserer Welt mit dem unverantwortlichen Gelddrucken der Zentralbanken zusammenfällt. Dieser glückliche Umstand, kombiniert mit dem exponentiell zunehmenden Tempo der Veränderungen in unserer globalen Gesellschaft, ist der perfekte Rahmen für das, was treffend als Hyperbitcoinisierung bezeichnet wird. Eine schnelle, Bitcoin-induzierte Demonetarisierung von Währungen und anderen Wertaufbewahrungsmitteln wie Gold und Immobilien. Wer dahinter steht? Die kurze Antwort lautet, wir wissen es nicht. Und es spielt auch keine Rolle. Es spielt keine Rolle, weil Bitcoin offen und mathematischer Natur ist. Jeder kann ihn inspizieren und überprüfen, ob er wie erwartet funktioniert. So wie wir nicht wissen müssen, wer Pythagoras war, um den Satz des Pythagoras zu verstehen und zu verwenden, müssen wir auch nicht wissen, wer Satoshi Nakamoto war, um Bitcoin zu verwenden und zu verstehen. Wenn man dieselbe Frage in Bezug auf das Feuer, das Rad, das Internet und die Elektrizität stellt, erhält man möglicherweise keine zufriedenstellenden Antworten. Alle diese Phänomene hatten Erfinder bzw. Entdecker. Aber diese Menschen haben keinen Einfluss mehr auf ihre Entstehung oder Entdeckung. Bitcoin wurde in die freie Wildbahn entlassen. Und kurz darauf verschwand Satoshi. Sein Geschenk an die Welt war, dass er eine freie und quelloffene Software hinterließ, die ein globales, öffentliches, erlaubnisfreies, Peer-to-Peer-Netzwerk hervorbringt, das wiederum unzensierbares und von Natur aus digitales Geld hervorbringt. Die Geschichte von Bitcoin, woher er kam und was vor ihm kam, wird der Schwerpunkt des ersten Kapitels sein. Bitcoin ist eine Idee. Und diese Idee ist nicht aus dem Nichts entstanden. Das Streben nach digitalem Geld ist fast so alt wie das Internet selbst. Es war nur eine Frage der Zeit, bis jemand die richtige Idee hatte und ein System baute, das tatsächlich funktionieren würde. Was ist Bitcoin? Das ist die 2,1 Quadrillionen-Satzfrage. Sie ist das, was die Menschheit herauszufinden versucht und worum es in diesem Buch geht. Ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage von deinem Standpunkt abhängt und davon, wie du bereit bist, sie wahrzunehmen. Um es mit den Worten von Morpheus aus dem Film The Matrix zu sagen, leider kann man niemandem sagen, was Bitcoin ist. Man muss es selbst sehen. Es ist nicht ohne weiteres ersichtlich, was die Leute meinen, wenn sie von Bitcoin sprechen. Manche sprechen über das Netzwerk, manche über den Vermögenswert, manche über die Branche oder die Gemeinschaft, die ihn umgibt. Ich hatte vor ein paar Jahren eine Erleuchtung, als ich versuchte, die schwer fassbare und zirkuläre Natur von Bitcoin zu verstehen. Mindestens eine andere Person hatte eine ähnliche Einsicht. Bitcoin ist nicht nur verschiedene Dinge für verschiedene Menschen, sondern viele Dinge auf einmal und uns fehlen präzise Worte, um darüber sinnvoll zu sprechen. Erschwerend kommt hinzu, dass all die Dinge, die wir Bitcoin nennen, in einem zirkulären Kreislauf miteinander verbunden sind. Jeder Teil beeinflusst das Ganze. Kurz gesagt, hier ist, was Bitcoin ist. Erstens, Bitcoin ist eine Idee. Zweitens, Bitcoin ist eine Software, die diese Idee umsetzt. Drittens, Bitcoin ist ein Protokoll, das durch die Software, die es repräsentiert, geboren wird. Viertens, Bitcoin ist ein Computernetzwerk, das aus Knotenpunkten besteht, auf denen die Software läuft. Fünftens, Bitcoin ist ein absolut knappes Gut, das durch den Betrieb des Netzwerks entsteht. Sechstens, Bitcoin ist eine soziale Bewegung, die aus Individuen besteht, die den Vermögenswert besitzen und am Betrieb des Netzwerks teilnehmen. Siebtens, Bitcoin ist ein toxischer, freiheitsliebender Kult von unerschütterlichen Gläubigen. Eine intolerante Minderheit aus allen Bereichen, die alles in ihrer Nacht stehende tun wird, um die Idee zu verteidigen. Das war Kapitel 0, Bitcoin kurz und grob erklärt, von Gigi, aus seinem Buchprojekt 21 Ways to Look at Bitcoin. Ja, also das war das Kapitel 0, Chapter 0 aus Gigi's im Entstehung, befindlichen Buchprojekt 21 Ways to Look at Bitcoin. Wie schon bei der Einleitung erwähnt, bitte unterstützt Gigi's Schreiben, besucht seine Webseite agigi.com, dort findet ihr Verweise für Möglichkeiten dazu und natürlich auch Links auf all seine bestehenden Artikeln und Werke, vor allem sein Buch 21 Lessons, also 21 Lektionen ist speziell zu erwähnen. Das gibt es ja bereits in gedruckter Form. Schaut dort mal rein und wenn es euch gefällt, auf jeden Fall zuschlagen und kaufen. Dann kann man es, wie gesagt, auch weiter verborgen und macht sich natürlich auch gut in jeder Hausbibliothek. Und last but not least möchte ich euch auch bitten, unseren Podcast zu unterstützen. Schaut mal auf bitcoinaudible.de, unten gibt es den Link Unterstützung, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten dazu. Es wäre sehr schön, wenn ihr ein bisschen etwas zurückgebt für die Arbeit, die wir in dieses Projekt stecken. Schaut da mal rein, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass ihr ein bisschen was zurückschicken könnt. Auf welche Weise auch immer. Wie gesagt, es muss nicht immer nur Geld sein. Geld ist natürlich sehr hilfreich, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, beispielsweise den Podcast zu teilen, andere darauf hinzuweisen oder halt wirklich auch mal den eigenen Lightning Node oder die eigene Lightning Wallet zu testen und uns einige Sites zu schicken. Das wäre ganz nett. Wem diese Vorlesung gefallen hat, bitte den Like-Button jetzt klicken. Wenn ihr generell den Podcast verfolgen möchtet und auf weitere Artikel aufmerksam gemacht werden möchtet, klickt bitte den Subscribe-Button in der App, in der ihr euch befindet oder auf YouTube oder wo immer ihr gerade zuhört und hinterlasst durchaus auch Feedback. Entweder direkt auf unserer Website bitcoinaudible.de oder in einem der Kanäle, vorwiegend auf YouTube, da schauen wir hin und wieder mal rein. Das wäre ganz nett und ist natürlich immer wieder spannend zu lesen, wenn es jemandem ganz besonders gut gefallen hat oder wenn es Anregungen gibt für weitere Artikel, hinterlasst uns Kommentare. Freuen wir uns drüber. Ja, ich möchte es dabei mal für heute bewenden lassen. Ich denke mir, Gigi hat die Grundsatzfrage, was Bitcoin ist, wirklich gut abgerissen. Wen es interessiert, noch tiefer einzusteigen, dem kann ich natürlich auch die Vorlesung von Relay. Episode Nummer 50 ist, dass Bitcoin in 10 Minuten sehr ans Herz legen und weitere Möglichkeiten, sich über Grundlagen von Bitcoin zu informieren, gibt es, indem ihr auf unsere Website geht, bitcoinaudible.de und eine Suche nach dem Begriff Grundlagen startet. Da werden euch dann alle Artikel angezeigt, die als solches kategorisiert sind und die eignen sich meiner Meinung nach wirklich ganz besonders gut, um die Grundideen von Bitcoin und die Ziele, die damit verfolgt werden, besser zu verstehen. Damit lasse ich es mal für heute dabei stehen. Vielen Dank an Gigi für das Teilen dieses Artikels. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und wünsche euch noch einen super Tag. Ich freue mich, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei sein solltet und genießt das Leben. Vergesst nicht drauf. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Rob. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.